hallo ihr mächtigen mandarinen wir können wieder zurück wir haben empfangen noch maschok und und semon trinne aber die sind ja der tod komforten und im epischen wohin genau kampf wir haben keinen counter mehr das war ja alles feuerberg glaube ich ich habe das rosana hast du was hast du oben gefunden gab es ist nicht mehr ich habe spukbar gefunden ich glaube es ging was ich gar nicht mal als pokémon oder wasser pokémon sprudel das habe ich mal extra weg gemacht dass ich platz habe hier oben sind items hier sind überreste nicht mehr in dem friedhof sind überreste und überleber Hahahaha Not bad! Not bad at all ey! Wow, beides gut. Beides gut. Beleber, bei den Toten. Machen wir mal ein paar Zombies, ja? Alter, Leber und Überreste! Ja, mein Wort ist auch voll. Also, ist halt gesprach. Gamefree hasst diesen Trick. Oh ja, unten war auch was nicht. Sonderbombe. Ich muss echt mal meinen Beutel aufräumen. Sonnstein, das will ich eigentlich auch nicht. Ja, ich auch. Bandsticker, verstärkt Geistattacken, Macho Band. Fördert Wachstum, senkt Inni. Ja, das können wir, das können wir offskill machen. Hast du das Macho Band weggerufen? Ja. Das Beste. Weil ich einfach Platz brauche für Atems dich einsetzen kann, schnell. Ja. Ich muss ja mal, nächstes Mal wir in der Stadt sind, einfach mal verkaufen. Hier ist ein Superschutz. Cool. Hast du das hinbekommen, ohne den zu triggern? Oh. Ja. Es war sogar Platz 2. Mara. Tolle Items. Okay, sollen wir mal nicht mehr vermöbeln? Attraktiv. Du-itty-itty-itty-itty-itty-itty-itty-itty-itty-itty-itty-itty-itty-itty-itty. Mal gucken, was er so kann, der Boy. Come, Nivana. Noo. das habe ich in vorne eigentlich gehabt jetzt natürlich merkel gegen das high damage und licht pokémon ich überlegte euch einfach konfession das ist level 32 holy shit das ist ja das ist eh und licht wird es ganz helfen schweig schweig nur schweig ja das hat die grad auf dem osana pappalapap absorber bei dem der mensch was das viel macht soll sogar einigermaßen reichen lol one shot one shot mit 20 der mensch technik hat fast so viel hp wie ein ninja tom aber nur fast weil wenn man den vergleich nimmt klingt es sogar relativ imposante hp von kani waren die so mal 50 oder sowas ich meine ja keine money hat fast so viel hp wie das wie gesagt nur wenn man wenn man den vergleicht wissen wenn man das ausspricht ja klingt es sogar relativ imposant also das ist hier so ein zwei pluriel der schocker kampf doppelkämpfe bei so das hätte mich wieder ich kann unnötig angst das erinnert mich wieder an die diesen steht vor allem dreht am besten vor allen der beiden damit du den weg frei hast auf linken oder rechten seite habe ich eben verkackt na du auch gut jetzt gesagt das stand ich ja ich denke immer an diamond weil da die doppelkämpfe bei den bossen so übel sind in dieser liga kampf die stage ist genauso wie bei wie bei diamond nur nicht so episch schwer der strategie ist dass ich dass ich das pfiff hier einfach ganz schnell juke das wird auch das weil man lebt noch konzerte mir im fest baunadel rakete ist eine attacke die öfter trifft und erst beim ersten schon tot tisch der raspen nicht so hart aus ok jetzt schicke ich meine rosana raus kaliwana verstehe ich keinen spaß und walz es geht einfach rosana für alligator ja alligator ist relativ alligator alligator ein angriff es ist weibel oh mein gott es wird vor allem zu bad bis krit ich bin ja noch gelockt auf schockwelle aber sowas macht super einfach finale was im salawall band gegeben so eigentlich hat das so viele attacken auf dem film dein walzer bitte nicht helfen ich halte mich immer wieder hoch das ist schon traurig wenn man so ein weibler mit level 5 attacken ausköntert das war einmal hatte man die schockwelle überlebt jetzt kommt der große boss kampf war das schon der mit mit hoheido natürlich stehe ich lache mich so tot rote kugel 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 team akma noch mal kugel magma emblem ach da haben wir sind wir sind echt jaja aber der will gar nicht kämpfen na dann da gab es gar nichts die sind geizige alte leute die wollen nur wissen wann ihre tv show anfängt und drängeln bei der kasse oh hier seelentau gab es ein item christopher warst du zu freilig hab ich schon geholt jaja so jetzt sind wir noch in den süden dann kommt auch morgen wagen da 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 rolltraben 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 was haben wir denn so totes zahrir naja gut ich mein wie gesagt werden wir schon mal ein platz frei für was nützliches wieder die rote das finde ich cool die medan gang kommt doppelmeter cross in der top 4 gibt sich aber die drei meter cross vorbei wieso machten der intensität habe ich gerade aus dem angriff geklickt tatsächlich jetzt verfehlt holi schütze ja tanzer oder gefangen potanzer oder pokodex angelegt tanzer hängt an erst und wartet auf borde man erst bei mahlzeit vom baum allahua war hier so vorwarnung wird noch mal drin auf 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 meinen sprachnamen für meinen weibschlester dr boom schmerbel scherbe ein ist walter weil das und das grinst so wie walter das ist jetzt einfach der wald der hier das elektro arena leiter gewesen so die waren auch noch platt oder ja die ziehen wir doch ab wollen ein bisschen mehr pausenbrot geld das war noch hier mit dem namen irgendwie dann können wir gleich wieder zurück ich will jetzt die ganze route noch mal hier drumherum gehen wir haben fliegen und du hast liegen doch ich auch klar ja also laut vogeldechsen halten aber es kann es keine hohe springen was kann es ja ich weiß nicht was liegen kann ich habe keine ahnung ja es ist es kann fliegen ich weiß singe singe macht einen richtigen kick muss was macht denn schwer tatsch sonst bei dir gemacht langsam ist bei mir als verfolgung ja verfolgung auf blog ich bin ich bitte macht das jetzt ganz schnell wird verwirrt nein 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 oh god this happened to me und ein meter ist tot weißt du weißt du weißt du was das geile dabei war es war nicht mal ein krit ja es ist ein gut mit dann ist es wird 100 kp und einem plus zwei schwert hat 100 kp ich bitte dich es hat es hat es hat total viele evs bekommt 100 kp und dort aber es kommt schon hin eigentlich doch ja disgusting das ist umso bescheuerter dass du so einen gengar mit spukball geschmissen hast also es war 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 es irgendwie ich glaube nur tusker wäre sogar auch gestorben vielleicht ja das denke ich auch obwohl ich habe das hat sogar relativ akzeptable def werde nur die die war scheiße ja ich glaube ich hätte ich glaube sogar überlebt auch wegen level ja wie gesagt ich doch das mit dem level das schickte für einen angriff hätte ich gedacht das müsste eigentlich reichen irgendwie aber nö ja aber der erste schwertanz macht ja nicht viel das ist das ist der schaden explodiert er ist später auf auf plus sechs hast du bloß 600 prozent schaden auf plus eins hast du nur 50 prozent bonus schaden weißt du dann auf plus zwei sind dann 100 oder ja ich mein schon was ist ich meine 100 ja das zählt ja auch nicht aus den angriff schaden der wird ja anders berechnet eine tech deswegen eigentlich ist das nicht so viel auf der ersten stufe war das ewig war ich habe rosanna doch echt eine verdammt miese verteidigung ich musste ja mal reingucken weil die muss ja dann irgendwie so was für sich 30 oder so was sein pro level eine verteidigung so nach dem motto also türsteher natürlich steht auch nicht so viel treffen 38 38 ja das hat halt trotzdem so viel kp eigentlich gehabt aber egal jetzt drauf geschissen so ähm ja dann wollen wir mal haben wir noch zeit ja nicht so die können wir noch gehen könnt ihr schon mal irgendwelche geilen viecher wie jetzt rein nehmen ja genau also ich denke mal auf family und plantage ja wie gesagt also einmal an der satz mangels jetzt nicht ne ich weiß halt nicht mehr was ist was jetzt mit einem knacker also was mit man das mit einem knacker bei dir war ja aber ich glaube dass es eben ist die erste war oder aber wir haben ja nur zwei encounter mehr wir haben noch gar nicht so toll dass ich noch irgendwas in der safari zone ja oben rechts aber da brauchen wir kunstrad ne 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 ich meine ob wir da nicht noch einen coolen encounter hatten nehmen wir hier ja stimmt top kick ach in die wii hoho hoho halts doppelt was war wenn die wir warte cyber man ja das ist der pyro blöck ja das ist der pyro blöck ja 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 und plantage war mit ja wenn ich jetzt plantage mitnehmen dann will ich eigentlich nicht ähh cyber man mitnehmen ich weiß was macht Sinn mal schock und seine blaue flöte nein ich muss irgendwann müssen die items regeln hier liegt doch irgendwann mein subiris rum mit überresten Ach Gott, oh Gott. Nehmen wir noch Schmerber und Tanzarmid oder was? Joa. Oder was meinst du? Haben wir noch was? Ja, komm. Ich mein, wir haben auch noch coole Pokémon auf der Box. Was kann eigentlich Tanzen? Tanzen. Finale. Finale. Hat das seine Stachler-Attacken schon erlernt? Keine Ahnung. Naja, wir machen erstmal den Part zu Ende. Wir werden dann sehen, was wir ins Team nehmen. Macht's gut, Leute. Los, ciao.